Hallo liebe Freunde des Rechts, es ist Montag, es geht wieder mal um Corona und zwar heute um Impfungen und die Entscheidungen über Impfungen durch Dritte. Also nicht, wenn der zu Impfende selbst sich aus guten oder schlechten Gründen für oder gegen eine Impfung entscheidet, sondern wenn andere Leute diese Entscheidung treffen. Und da haben wir hier diesen Tweet am Wochenende von Jihan Celik, der sagt, Ältere Risikopatienten, die trotz eigener Bereitschaft von ihren Kindern von der Impfung abgehalten wurden, sind derzeit die traurigsten und vermeidbarsten Schicksale auf Station. Und dann betrachten wir diese Sache mal aus juristischer Sicht, denn nur davon verstehe ich etwas. Die juristische Sicht wirft die Frage auf, inwiefern können denn Angehörige oder Betreuer oder Eltern eine rechtliche Verantwortung haben, wenn aufgrund fehlender Impfung jemand zu Schaden kommt. Bei Betreuern ist die Sache noch relativ einfach, denn dort haben wir eine gesetzliche Regelung. Da sind die Spielregeln, mit denen man eine Person betreuen darf, muss, relativ klar vorgegeben. Und da ist auch klar, was ein Gericht tun kann, wenn es feststellt, dass diese Regeln nicht eingehalten werden. Zunächst einmal haben wir eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dass ältere Menschen geimpft werden sollen. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo das nicht möglich oder nicht geboten ist. Und das sind eher die Menschen auf Palliativstationen und nicht Leute mit Vorerkrankungen. Denn gerade bei diesen Vorerkrankungen ist das Risiko von Nebenwirkungen zwar größer, aber umso größer ist auch die Notwendigkeit einer Schutzimpfung, um die viel größeren Riesen der Krankheiten abzuwenden. Wenn jetzt ein Betreuer sagt, ich lasse aber die betreute Person nicht impfen, weil ich die Impfstoffe für gefährlich halte, magnetisch machend oder für Gentherapie und so weiter, dafür kennen diese Argumente, dann muss der Betreuer eine Genehmigung des Gerichtes einholen, um diese Nicht-Einwilligung zu erteilen. Das kann man sich vorstellen, das wird natürlich die Person in der Regel nicht machen, weil es diese Genehmigung auch nicht geben wird. In diesem Fall kann das Betreuungsgericht den Betreuer abberufen oder einen Ergänzungsbetreuer für diese Entscheidung bestellen. Das bedeutet also, wenn man Kenntnis bekommt von einer solchen Situation im Pflegeheim, beim Arzt oder im Umfeld, dann sollte man das Gericht davon informieren, das Amtsgericht, was dafür zuständig ist, damit die nötigen Maßnahmen ergriffen werden. Dort, wo eine Betreuung bestellt ist, wird das auch passieren. Da wird sich ein Richter auch um einen solchen Fall kümmern. Schwieriger sind jetzt aber die Fälle, wo jemand durch eine Beeinflussung von Familienangehörigen in eine solche Situation kommt. Denn ganz häufig sind Personen vielleicht nicht selbst in der Lage, Entscheidungen zu treffen oder auch umzusetzen, weil sie angewiesen sind auf Angehörige. Und da könnte es eine strafrechtliche Verantwortung geben, dort, wo jemand nämlich tatsächlich auch Einfluss ausüben kann darauf, ob jemand geimpft wird oder nicht. Und ich würde sagen, dass wir in der derzeitigen Pandemie eine Situation haben, wo das Unterlassen einer Impfung schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine Infektion und dann wiederum noch eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf bei Risikopatienten nach sich zieht. Und das kann bedeuten, dass derjenige, der eine Impfung verhindert durch Tun oder Unterlassen, wenn er eine Garantenpflicht hat, eine zivil- und strafrechtliche Haftung für sich auslöst. Die strafrechtliche Haftung kann sein, eine fahrlässige Körperverletzung oder eine fahrlässige Tötung, strafbar 222 StGB bis zu fünf Jahren oder sogar bedingt vorsätzlicher Totschlag. Das ist denkbar. Jetzt würde man sagen, um Gottes Willen, Totschlag, der will ja nicht, dass diese Person stirbt. Aber wenn jemand billigend in Kauf nimmt, dass aufgrund unterlassener Impfung jemand sich infiziert und daher stirbt, dann ist es nicht so weit hergeholt, tatsächlich hier von einem billigend in Kauf nehmen und damit einem vorsätzlichen Totschlag auszugehen. Führt übrigens auch dazu, dass Erbunwürdigkeit eintritt. Also wenn es erbende Angehörige sind, dann könnte jemand anders also diesen Erbfall anfechten und dafür sorgen, dass wegen Erbunwürdigkeit der nächste berufene Erbe zum Zuge kommen würde. Ganz schön verrückte Sachen. Betrachten wir mal die Situation bei Eltern und Kindern, weil diese Frage auch aufkam. Und da gab es eine Entscheidung des OLG Frankfurt im August, allerdings nicht bezogen auf Corona, sondern auf andere Impfungen. Und da wurden zwei Sachen festgestellt, die wichtig sind. Zunächst einmal war der noch nicht 16-Jährige, Minderjährige nicht in der Lage, nach Auffassung des Gerichts selbst die Einwilligung zu erteilen. Und das ist ungewöhnlich, weil bisher sagt man 16 bis 18, da dürfen die Kinder, die Jugendlichen selbst entscheiden, ob sie geimpft werden oder nicht. Auch gegen den Willen der Eltern. Da kommt es also nicht darauf an, ob ein oder beide Eltern dagegen sind. Da kann der 16-Jährige selbst sagen, ich will geimpft werden. Dann maßgeblich ist die Einwilligungsfähigkeit, ob also der 16-Jährige die Tragweite seiner Entscheidung überblicken kann. Und das muss der Arzt dabei feststellen. Ab 16 Jahren geht man typischerweise davon aus, bei einer normalen Entwicklung. Ob ein 16-Jähriger das kann, hängt vielleicht auch ein wenig davon ab, wie kompliziert die Situation ist. Dort, wo es eine Stiko-Empfehlung gibt und keine Vorerkrankung, ist das eine relativ einfache Entscheidung. Hier in dem Frankfurter Fall könnte es sein, dass man wegen dieses Einzelfalls gesagt hat, also der 15-Jährige konnte es noch nicht so ganz überblicken, ob er die Einwilligung dazu erteilt oder nicht. Bei Corona-Impfungen ab 16 in der Regel sollten die Minderjährigen das selbst entscheiden. Zwischen 14 und 16 sollte man die Einwilligungsfähigkeit im Einzelfall feststellen als Arzt. Das bedeutet aber auch, dass eine Stadt, ein Land die Impfung einem Minderjährigen nicht verweigern darf, nur weil es lieber eine Einwilligungserklärung der beiden Eltern haben möchte. Da kann es nämlich tatsächlich passieren, dass jemand, der eigentlich einwilligungsfähig war, abgewiesen wird und deswegen sich infiziert. Und das wäre dann ein Staatshaftungsanspruch. Das heißt, wenn sowas passieren sollte, gut dokumentieren. Und vielleicht auf dieses Video oder die allgemeine Rechtsprechung, das ist ja kein Geheimnis verweisen, dass nämlich ein 16-Jähriger, wenn er normal entwickelt ist, in einem normalen Standardfall auch eine Corona-Schutzimpfung selbst entscheiden kann. Aber jetzt kommen wir zu dem Fall hier in Frankfurt, wo also zwei Eltern unterschiedlicher Meinung waren. Und ich glaube, diese Situation gibt es ganz, ganz häufig, dass die Eltern sich nicht entscheiden können. Und leider führt das dazu, dass sich wahrscheinlich derjenige durchsetzt, der gegen die Impfung ist. Dann passiert nämlich erst mal gar nichts. Und so bleiben diese Kinder also ungeimpft. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das ist sozusagen wahrscheinlich im Augenblicklauf der Dinge. Aber das Landgericht, das Oberlandesgericht Frankfurt hat gesagt, es muss einen Beschluss, eine Entscheidung nach 1628 BGB geben. Und im Rahmen dieser Entscheidung soll das Gericht dann demjenigen Elternteil die Entscheidungsbefugnis übertragen, die der Empfehlung der Ständigen Impfkommission folgt. Und das ist, wie wir wissen, ab zwölf Jahren die Entscheidung pro Impfung. Das heißt, wenn also ein Elternteil sagt, ich möchte das Kind impfen, der andere sagt, nein, ich will es nicht, dann gibt es eine Entscheidung durch das Familiengericht. Und dieses Gericht wird sich dann zugunsten des impfenden Elternteils entscheiden. Komplizierte Sache und auch echt viel Streitpotenzial. Aber das wäre der Weg, um in so einer Situation eine Impfung herbeizuführen, wenn man den juristischen Weg gehen will. Bei der Impfentscheidung gibt es ein psychologisches Dilemma. Die Impfung und die Folgenimpfreaktionen, Nebenwirkungen basieren auf einer aktiven Entscheidung. Wenn ich also sage, ich lasse mein Kind impfen und das Kind kommt zu Schaden, fühle ich mich schuldig, weil ich ja die Impfung entschieden habe. Und da ist es viel leichter zu sagen, ich tue einfach nichts und überlasse es dem Schicksal, dem Zufall oder einer höheren Macht, ob jetzt sich ein Schaden realisiert oder nicht. Und da ist es einem lieber, man hat damit nichts zu tun. Man trifft keine aktive Entscheidung. Bei älteren Menschen kann das fatal sein, wenn man sagt, ich sehe von einer Impfung ab, obwohl sie eigentlich dringend geboten wäre. Denn anders als bei jungen Leuten ist dort das Risiko-Chancen-Verhältnis so eindeutig, dass es geradezu eine Straftat sein kann, wenn man jemanden nicht impft oder sogar verhindert, dass er sich impft, obwohl er zu einer vulnerablen Bevölkerung gehört. Wobei, vielleicht sollten wir aufhören, von vulnerablen Bevölkerungsteilen zu sprechen. Wir sehen auf den Intensivstationen auch 30-jährige Leute ohne Vorerkrankungen, die schwer erkranken. Passiert nicht so häufig, aber es kommt eben doch vor. Ich habe dazu mal einen juristischen Vorschlag in die Diskussion geworfen auf Twitter am Wochenende, nämlich ein Dokument, mit dem eine Person gezwungen wird, eine aktive Entscheidung zu treffen. Gezwungen im Sinne von, man kann das Dokument vorlegen. Natürlich kann die Person das Dokument ignorieren und sagen, interessiert mich nicht. Aber wenn man jemandem, dieses Dokument, das ist noch in Arbeit und viele Leute wirken damit, wie man das umfohlen kann, damit es verständlich wird, wer dieses Dokument dann unterschreibt, gibt am Schluss die Erklärung ab. Ich wurde belehrt über die möglichen medizinischen Folgen und ich habe keinen weiteren Informationsbedarf. Ich übernehme die rechtliche, die Verantwortung, die rechtlichen Folgen für meine Entscheidung und erkläre, dass ich die Schutzimpfung für die schutzbefohlene oder von mir betreute Person ablehne. Könnte sein, dass das dazu führt, dass manche Leute nochmal darüber nachdenken, ob sie sich für Impfung oder für die Gefahr entscheiden. Also der Sinn der Sache ist, dass quasi hiermit eine bewusste Entscheidung gefordert wird. Ein Nebeneffekt ist natürlich auch, dass man auf diese Weise dokumentiert, dass jemand informiert wurde über die Risiken, die hier stattfinden. Denn nicht jedem sind sie bewusst. Manche Leute glauben nach wie vor, es ist doch nur eine Grippe und es sterben auch nur ganz alte Menschen und so weiter. Welche Informationen da kursieren, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Und so kann man an dieser Stelle vielleicht den Leuten auch nochmal klar machen, das, was du auf Telegram liest, du magst es glauben, aber das wird nicht der Maßstab sein, an dem man deinen Fall später beurteilt. Denn wenn eine Person stirbt oder schwer erkrankt aufgrund einer unterlassenen Impfung, dann wird man sich hinterher fragen, woran lag es denn, dass diese Person nicht in der Lage war, sich zu impfen? Hätte man das verhindern können oder hat jemand tatsächlich diese Impfung vereitelt? Und was wir da sehen, ist, dass wir in den letzten Monaten eine unglaubliche Toleranz für Falschinformationen haben. Und das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Ländern in Europa und von anderen liberalen Demokratien. Wir haben sehr viel Falschinformationen zugelassen. Und das ist das Thema von Sascha Lobo in einer aktuellen Kolumne, wo er eben sagt, es gibt eine falschistische Gefahr. Eine Toleranz gegenüber Falschinformationen, die dann sogar bei Politikern dazu führt, dass man sich auf solche Argumente einlässt. Dass man sagt als Politiker, nun ja, ich muss das nun mal so entscheiden, weil ansonsten habe ich dir, werde ich hier für den Vorwurf ausgesetzt, ich würde dazu sorgen, dass Kinder an Masken ersticken. Und ich betrachte es mal aus einer rein juristischen Sicht hier. Wir haben in Deutschland keine Strafbarkeit für Falschinformationen. Falschinformationen sind erlaubt. Verboten ist einzig üble Nachrede und Verleumdung, wenn ich also in Bezug auf eine andere Person etwas Falsches sage, was geeignet ist, sie verächtlich zu machen. Aber wenn ich sage, gebt euren Kindern Chlortropfen, damit sie kotzen und von Impfschädigen bewahrt werden, so ist das keine Straftat. Ich darf so etwas verbreiten. Und das ist Irrsinn eigentlich, insbesondere wenn es sich nicht um ein paar Flat Earther handelt, die sagten, die Welt ist eine Scheibe und damit keinen großen Schaden anrichten, sondern wenn sie wirklich im großen Stil dafür sorgen, dass 16 Millionen Deutsche sich gegen eine Impfung entscheiden und von denen viele dies tun aufgrund einer Überzeugung basierend auf falschen Informationen. Die letzte Digitalisierungsministerin, Dorothee Bär, hatte ganz kurz einen Vorschuss gemacht, gegen Falschinformationen eine Bundeszentrale aufzubauen. Nach ein bisschen Gegenwind hat sie das Vorhaben sofort wieder eingestampft und sich lieber auf andere Themen, die instagramable waren, fokussiert. Aber ich glaube, wir sollten wirklich mal darüber nachdenken, wie wir falsche Informationen besser bekämpfen. Es kann doch nicht sein, dass wir von Facebook und Google lernen müssen, wie man so etwas macht, dass die uns darin voraus sind, weil wir als Gesetzgeber und als Gesellschaft uns schlicht nicht trauen, eine Regulierung vorzuschreiben, weil wir immer sagen, ja, weil wir können doch nicht entscheiden, was wahr und falsch ist. Zu behaupten, dass Impfungen sofort tödlich sind oder magnetisch machen oder mit blauer Bildstrahlung der Zirbeldrüse zur Blockchain-Fernsteuerung führen, wie es Kollege Füll mich verbreitet hat. Das soll zulässig sein und diese Auswirkungen auf die Gesellschaft lassen wir zu. Ich glaube, man muss vielleicht nicht gleich zu dem Mittel des Strafrechts greifen, aber es gäbe Möglichkeiten, um die Verbreitung von falschen Informationen einzuschränken. Durch Regulierung von sozialen Netzwerken, durch wettbewerbsrechtliche Vorschriften, spätestens dann, wenn Menschen Geld damit verdienen, wenn sie aufgrund immer sensationellerer Falschnachrichten Werbeerlöse oder Spenden generieren oder wenn sie wirklich in der Absicht handeln, einen Schaden an der Gesellschaft herbeizuführen. Spätestens in diesen Fällen sollten wir die rechtlichen Mittel ausschöpfen und nicht einfach nur darauf vertrauen, dass das die Gesellschaft schon von selbst tun wird, dass es doch Aufklärung geben wird. Wir sehen im Augenblick, wozu das führt, wenn eine so große Anzahl von Menschen sich von rationalen Argumenten nicht mehr leiten lassen, wenn sogar Politiker darauf Rücksicht nehmen. In diesem Sinne, bleibt gesund!